Das ist ein neuer Trick, jetzt sieht er nichts, jetzt weiß er nicht, wo er hinhandelt. Er kann jetzt nicht so gezielt, jetzt glaube ich reicht's. Ja, den Hintern haben wir schon gemacht. Ja, haben wir es gleich. Aber er hat doch ziemlich, da hinten hat er noch so einen Knoten. So, jetzt ist's schon gut. Ja.